Meine Damen und Herren, ganz lieben Dank für die freundlichen Einleitungsworte. Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, worüber soll ich sprechen? Tiere essen. Ich werde darüber reden, was wir gegenwärtig tun und ein bisschen versuchen, darüber nachzudenken, was wir in Zukunft ja nicht nur tun sollten, sondern möglicherweise sogar tun können. Sie alle wissen, es gibt zwei Kategorien von Tieren. Die eine glaubt, dass es zwei Kategorien von Tieren gibt und die andere hat darunter zu leiden. Die eine nennt sich Menschen und das andere sind eben nur Tiere. Das Interessante ist, dass diese Art zu denken, aus einem anthropozentrischen Weltbild heraus, was die Christen von den Stoikern übernommen haben, dass diese Art zu denken dazu geführt hat, dass wir heute in einer bizarren Welt leben. Es hat noch nie so viele Großtiere in der Welt gegeben wie heute. Es ist eine wunderbare Nachricht, aber nicht für die Tiere selber, denn die häufigsten großen Tiere auf unserem Planeten sind Nutztiere. Es gibt 40.000 Löwen in Afrika. Es gibt ungefähr eine Milliarde Schweine, die von Menschen gehalten werden, zum allergrößten Menge von ihnen unter enorm bedauernswerten Zuständen. Es gibt in Europa insgesamt mehr Hähnchen in Legebatterien als Wildvögel. Damit Sie eine ungefähre Vorstellung davon kriegen, 1,6 Milliarden Wildvögel gibt es und ungefähr 3 Milliarden Hühnchen, die in Batterien oder in sogenannten Bodenhaltungsbedingungen leben, die sich von den Batterien ernstzunehmend nicht wirklich unterscheiden. Jedenfalls, wenn es darum geht, artgerechtes Verhalten auszuleben, dann handelt es sich dabei in 99,9 Prozent der Fälle um eine Mogelpackung. Also wir züchten heute im ganz, ganz, ganz großen Stil größere Tiere, um sie zu essen. Und die spannende Frage, die sich dabei stellt, warum machen wir das? Und die einfache Antwort darauf ist, weil es dafür einen unglaublichen Bedarf gibt. Diese Tiere werden ja nicht zum Spaß gehalten, sondern deswegen, weil Menschen sie essen wollen. Und die Zahl der Menschen auf diesem Planeten, die Fleisch essen wollen, steigt, steigt, steigt und steigt. Das mögen manche von Ihnen vielleicht ein bisschen anders sehen. Die werden sagen, ja Moment, Moment, Vegetarismus hoch im Kurs. Wir haben 8 Millionen Vegetarier in Deutschland. Das heißt, jeder zehnte Deutsche ist Vegetarier. Wir haben mittlerweile um die 800.000 Veganer, also jeder hundertste ist Veganer. Und diese Zahlen sind enorm, verglichen von vor 20, 25 Jahren, als ich damals zum ersten Mal ein Buch über das Thema geschrieben habe. Damals wurde die Zahl der Veganer so um die 30.000 geschätzt. Tatsache aber vernebelt uns das, den Blick auf das, was tatsächlich in der Welt passiert. Wie unrelevant ist Deutschland, wie unrelevant sind andere westeuropäische Länder im Vergleich zum tatsächlichen Verbrauch von Fleisch. Wenn Sie schauen, dass Indien, ein ehemals vegetarischer Kontinent, dabei ist, sich mehr und mehr aus dieser Tradition zu verabschieden, weil es immer mehr Inder gibt, die Fleisch essen, oder um das dramatischste Beispiel zu nehmen, durch die enorme Wohlstandsentwicklung in China, es sind heute ganz, ganz viele Chinesen auf dem Land in der Lage, sich Fleisch zu leisten, die früher mehr oder weniger völlig vegetarisch gelebt haben. Es gibt einen ganz, ganz gewaltigen Kulturwandel in China qua Einkommen. Und die Zahl und der Fleischbedarf wachsen immer weiter. Und wenn wir jetzt die demografische Entwicklung des Planeten anbetrachten und das weitere Bevölkerungswachstum in den nächsten 20, 30 Jahren, dann müssen wir eigentlich alles, was es noch gibt, jedenfalls da, wo es sich lohnt, also nicht in der Antarktis, aber zum Beispiel in Peru, müssen wir eigentlich alles roden und müssen daraus entsprechend das Weideland für Rinder machen oder Zuchtfarmen für Schweine dort etablieren und so weiter. Sonst können wir diesen wachsenden Bedarf nicht befriedigen. So, da läuft also die Zeit einfach runter. Jetzt haben wir eben gerade gehört, es gibt ja viele Möglichkeiten, sich alternativ zu ernähren. Man kann sich von Insekten ernähren. Das ist übrigens sehr artgerecht. Es gibt keine artgerechtere Ernährung des Menschen, als Engerlinge zu essen. Also es gibt ja immer die spannende Frage, was ist der Mensch von Natur aus? Ist er Fleischfresser oder ist er nicht Fleischfresser? Die Frage steht und fällt immer ein bisschen damit, wenn man sich überlegt, wann hat der Mensch angefangen? Das ist ziemlich schwer zu sagen. Manche sehen in den Australopithizänen von vor drei Millionen Jahren bereits Menschen, andere in Homo habilis, Homo erectus. Manche erst vor 150.000 oder 200.000 Jahren mit dem Entstehen des Homo sapiens. Aber wenn man sich überlegt, was ist natürliche Ernährung, da muss man sich angucken, wie Affen leben. Aber man muss sich nicht angucken, wie die Affen heute in Peru leben. Man muss sich dafür auch nicht angucken, wie unsere nächsten Verwandten, Schimpansen und Bonobos leben. Man muss sich überlegen, wie jene Affen leben, die die gleichen Lebensräume besiedeln, in denen der Mensch damals entstanden ist. Und da bleiben grüne Meerkatzen und Paviane übrig. Und wenn man guckt, was die essen, dann sieht man, dass sie zum großen Teil so von selmer Reihen essen. Die haben ein sehr, sehr breites Nahrungsspektrum. Aber um auf ihre Proteine zu kommen, ist die allerwichtigste Ernährung Insektennahrung. Also diejenigen, die sagen, der Mensch ist von Natur aus eigentlich darauf programmiert, Fleisch zu essen oder noch schöner, die Menschen, die dieses wahnsinnig beliebten Paleo-Diäten anbieten. Also die größte Lüge unter allen Ernährungen ist die sogenannte Paleo-Ernährung, jedenfalls unter dem Gesichtspunkt, dass sie wirklich Paleo ist. Dann soll man nämlich möglichst viel rohes Fleisch essen oder rotes Fleisch essen, aber es ist nie die Rede davon, dass man möglichst viele Engerlinge essen soll oder andere Formen von fetten Käfern und so weiter, durch die man seinen Proteinhaushalt wunderbar decken kann. Wir haben auch gerade sogar gehört, dass es relativ problematisch ist, wenn die Menschheit sich tatsächlich zu sehr auf Insekten kaprizieren sollte und unter all diesen Vorzeichen, also ein unglaublicher Fleischbedarf, der steigt und steigt, das totale ökologische Desaster, das dann nicht nur eintritt, sondern jetzt längst eingetreten ist. Sie werden das wissen, was sind die größten ökologischen Katastrophen auf diesem Planeten. Dann ist es schwer etwas zu finden, was die Massentierhaltung überbietet. Ich rede jetzt gar nicht von der ethischen Katastrophe, die dahinter steht, allein die ökologische. Das sind nicht nur die furzenden Rinder, das ist auch die Gülle, die anschließend ins Grundwasser geht, über das Grundwasser in die Flüsse geht und über die Flüsse in die Meere gehen und gewaltige Biotope zerstören. Wenn man sich guckt, das ist die Rodung des Regenwaldes, die deswegen erfolgt, weil neue Weideflächen benutzt werden wollen. Wenn Sie also wirklich mal hingehen und so ganz in aller Ruhe ausrechnen, dann werden Sie feststellen, schlimmer als alles Fliegen in dieser Welt, das schlimm genug ist, ist tatsächlich die Massentierhaltung. Jetzt haben wir aber eben gerade gehört, der Bedarf steigt und steigt und steigt und jetzt muss man irgendwas machen. Gewaltige Umerziehungslager wäre die eine Idee, dass alle Chinesen zwingen, kein Fleisch mehr zu essen, sozusagen das Gleiche zu machen. Wir durften das bislang immer und ihr dürft das jetzt aber nicht, weil jetzt ist Schluss, wird nicht funktionieren. Eine andere Idee erblickte zum ersten Mal, nicht als Idee, aber als Manifestation, das Licht der Welt, das war als im Jahre 2013, der mir persönlich sehr gut bekannte Wissenschaftler Mark Post an der Universität Maastricht, einem Rind eine Nackenzelle entnahm, diese in eine Nährlösung legte und vermehrte. Und das Ergebnis, was dann dabei rauskommt, ist ein Zellhaufen und der sieht aus wie eine Bulette oder wie ein Burger. Der kostete damals 330.000 Dollar. Mittlerweile stellt Mark Post solche Buletten für 40 Dollar her und dann kann man sich vorstellen, von 2013 bis 2019, wenn man sich die Preisentwicklung anguckt, dann weiß man, in drei, vier Jahren liegen am Prenzlauer Berg, in den Biosupermärkten, etwas teurer als normale Buletten, jene Form von Fleisch. Wer kauft das? Es gibt SUV-fahrende Ökostrom-Kunden wahrscheinlich, also Leute, die auf einer Seite ein gutes Gewissen haben wollen, aber andererseits ihr Leben nicht ändern. Aber es könnte ja tatsächlich sein, dass unter dem Gesichtspunkt nicht nur des ethischen Aspektes, sondern auch des ökologischen Aspektes, das Bewusstsein dafür steigt, dass dieses Fleisch möglicherweise gesünder ist, weil es nicht von Tieren stammt, die in Massentierhaltung unter entsetzlichen Bedingungen und dem Stress und alles dem, was man dem ins Futter mischen muss, damit es da keine Krankheiten gibt und so weiter gezüchtet wurde. Also mutmaßlich wird es gesünder sein. Mutmaßlich wird es viel, viel weniger Wasser und Energie verbrauchen und fast überhaupt keine Fläche, denn dieses Fleisch wird in Silos erzeugt. So, inzwischen ist Mark Post nicht der Einzige, der das macht. Es gibt einen riesigen Boom. Es gibt in den USA und Israel und in Holland, das sind die drei Zentren, sehr, sehr viele Firmen, deren Börsenwert gigantisch gegenwärtig explodiert und die alle in verschiedenen Segmenten anfangen, aus Tierzellen, die Zukunft soll sogar heißen, aus Tiermolekülen, Fleisch herzustellen. Am Anfang hatten Veganer dagegen noch ein gutes Argument, weil Mark Post benutzte eine Nährlösung aus Kälberserum. Das ist natürlich tierethisch gesehen eine große Sauerei. Mittlerweile braucht er es nicht mehr. Das Argument ist auch weggefallen. Und jetzt müssen wir uns angesichts dieses Versprechens, das dahinter ist, wir ernähren die Weltbevölkerung mit echtem Fleisch, ohne Tierleid. Die gesamte Weltbevölkerung müssen niemanden mehr umerziehen und so weiter. Was ist sozusagen der Haken? Ist das jetzt eigentlich gut, was da passiert oder ist das schlecht, was da passiert? Bislang habe ich Ihnen gute Dinge aufgezählt und diese guten Dinge, die sind sozusagen, wenn man eine Waage macht, schon mal ziemlich gewichtig. Also kein Regenwald mehr, der für Ackerland gerodet werden muss. Kaum noch Wasser, was da verbraucht wird. Was gegenwärtig wissen Sie, was Rinder saufen im Vergleich zu dem, was Menschen trinken. Und angesichts der zukünftigen Wasserkatastrophe und alles bislang an Rinder geht, was Menschen brauchen, auch das wäre nicht mehr da. Energieverbrauch wäre nur noch ein ganz geringer Prozentsatz dessen, also kein Boden, keine Energie, kein Wasser und so weiter. Das ist doch ein riesiges Menschheitsversprechen. Wenn ich darüber diskutiere mit Veganern und Vegetariern, wir haben einen Utopie-Kongress gemacht in Lüneburg, Mark Post hat einen Vortrag gehalten und anschließend kam eine Veganerin und die hat wirklich, man muss wirklich sagen, sie war verzweifelt vor Wut über das, was da passiert. Ich fand das ganz, ganz, ganz schlimm, was Mark Post da erzählt hat unter dem Gesichtspunkt. Also zwei Argumente, das eine ist, der Wandel muss von innen kommen und nicht von außen. Also die Menschen müssen von innen zu der Überzeugung kommen, dass es für das Menschen, Tier nicht angeht, andere Tiere zu verschweißen. Und was für ein schmutziger Trick. Wir brauchen gar kein Innen. Wir müssen nur das richtige Lebensmittel werden und wir gehören zu den Guten. Das ist Menschen, die vielleicht zehn Jahre ihres Lebens damit gekämpft haben, erst Vegetarier zu werden und zu Veganern zu sagen, nach dem Motto, wir brauchen mal alles nicht. Das haben viele Veganer nicht gerne. Unter Veganern ist die Haltung zu dieser Frage enorm umstritten. Mich hat natürlich gefreut, dass Peter Singer, sozusagen der Papst der Tierrechtsbewegung, der 1975 mit Animal Liberation diese Bewegung neu in die Moderne getragen hat, dass er ein totaler Anhänger, also diese Art von Fleisch, für die es übrigens keinen guten Namen gibt. Ob ich das hier, In-Vitro-Fleisch, klingt ganz gruselig. Klingt nun ja künstlicher Befruchtung. Klingt nach Gentechnik, was es nicht ist. Hier werden keine Gene manipuliert, hier wird nicht in die Keimbahn eingegriffen oder so. Mit Gentechnik überhaupt nichts zu tun. Ich kann sagen, es ist im weitesten Sinne ein reproduktionsmedizinisches Verfahren, aber es ist keine Gentechnik. Cultured Meat, klingt alles, was mit Kultur ist, klingt immer nach allem und nix. Weiß ich auch nicht genau, was das sein soll. Cultured Meat, Clean Meat, klingt so ein bisschen wie, vorher haben wir Drogen genommen, jetzt machen wir das nicht mehr. Also man müsste sich in Zukunft mal Gedanken darüber machen, weil man einen sehr schönen Namen dafür findet, weil die Produkte in relativ kurzer Zeit bei uns in den Bio-Supermärkten liegen werden und weil das Versprechen dahinter sogar ist, dass sie irgendwann günstiger sind als die Massentierhaltung. Frei nach einem Aufsatz, den Winston Churchill 1931 geschrieben hat, und zwar ist er damals gebeten worden, für eine englische Zeitschrift einen Artikel zu dem Thema Die Welt in 50 Jahren zu schreiben und er hat ja den denkwürdigen Satz geschrieben, wir werden in 50 Jahren nicht mehr so blöd sein, ganze Tiere zu züchten. Das heißt, wir werden kein ganzes Huhn mehr züchten, um anschließend die Brust zu essen. Das ist nicht notwendig, sondern wir werden die Brust gleich selber züchten und das ist ja exakt das, was hier im Augenblick passiert. Diese Industrie macht enorme Fortschritte, die Preise werden stark sinken, was sie nicht kann, ist die Textur, komplizierte Textur von Muskelfleisch nachzuahmen. In dem Moment, wo sie das kann, können wir noch ganz andere Sachen. Also, im Grunde genommen können wir nur Varianten von Burgern machen oder Fleischklöße oder sowas, was wir nicht herstellen können, ist ein Entrecote. Das können wir deswegen nicht, weil in der Natur diese Zellen einerseits nach einer Programmierung, aber andererseits unter Stress entstehen. Und diese Stressfaktoren müsste man eins zu eins entsprechen, müsste man die simulieren, es entsteht auch kein Fett ohne Stress. Und deswegen ist es so, dass bestimmte Sachen, eben so ein Entrecote, wird noch relativ lange dauern, bis das so aussieht, aber es gibt Schützenhilfe aus einem anderen Fach. Das Versprechen der Medizin der Zukunft besteht nämlich darin, dass ich Ihnen eine Leberzelle entnehme, dass ich diese Leberzelle, Ihre persönliche Leberzelle, in eine entsprechende Nährlösung tue und Ihre Leber züchte. Das geht, das kann man heute schon machen. Das Problem ist, ist, dass sie nicht funktioniert, weil Ihre Leber im Wachstumsprozess anderen Stressbedingungen ausgesetzt ist, als das, was hier in der Petrischale vor sich geht. Es ist aber das Versprechen der Medizin, dass das in Zukunft möglich sein soll. Dann brauchen Sie auch keine embryonale Stammzellforschung mehr und so weiter. Sie vermehren sozusagen, können Ihre eigenen Ersatzteile herstellen und eben 3D-Drucker ausdrucken. Das wird es geben. Das wäre sehr unwahrscheinlich, wenn dieser Weg irgendwann zu Ende ist, aber niemand kann prognostizieren, ob das in 20 oder in 50 Jahren dauert. Aber wenn man das kann, kann man natürlich auch noch genauso Fleisch herstellen, was eins zu eins aussieht, wie das Fleisch heute. So, zu den Einwänden. Also der Einwand der Veganerin ist, so eine Entwicklung kann nicht von außen kommen, sie muss von innen kommen. Ich transportiere das mal auf eine höhere philosophische Ebene, da meint das Folgendes. Besteht nicht alles Übel in dieser Welt darin, dass der Mensch es nicht sein kann, mit seiner Technik immer und immer wieder in den Kreislauf der Natur einzugreifen, sie zu manipulieren und dabei immer mehr Schaden anzurichten? Und ist das jetzt nicht statt einer inneren Kehrtwende genau wieder jenes Denken, das den Planeten die ganze Zeit sowieso schon zerstört hat, jetzt wieder übertragen auf ein anderes Feld? Also frei nach dem Motto, die Macher haben die Welt nur verschieden verändert, es kommt aber darauf an, sie zu verschonen. Diese Argumentation ist in ökologischen Kreisen recht verbreitet, bröckelt ein bisschen. Also die Erfolge des Kunstfleisches fügen doch so den einen oder anderen Gedanken hinzu. Ich kann mich erinnern, ich habe über den Grünen mal auf einer Podiumsdiskussion mit einem Präsidenten eines bedeutenden ökologischen Verbandes gesprochen, ein sehr berühmter Adliger in dieser Szene, der fühlte sich als Biobauer auf einmal ganz übel. Bisher waren die Biobauern die guten Bauern, die Massentierhalter waren die schlechten und die Biobauern waren die guten. Aber wenn ich jetzt überhaupt gar keine Kühe mehr halten muss, dann ist der Biobauer genauso schlecht wie der Massentierhalter, weil ich ja doch mit Kallschuldmied eine absolut saubere Alternative ohne Tierleid habe. Damit müssen viele Teile der Öko-Bewegung überhaupt erstmal klarkommen, dass sie plötzlich in eine Sandwich-Stellung gekommen sind und deswegen dauert auch hier der Umbruchprozess länger. Ich gebe Ihnen aber ein Argument auf dem Weg, was ich in der ganzen Diskussion nicht höre und was mein Einwand ist. Ich persönlich, das haben Sie bisher rausgehört, glaube, dass wir es hier mit einer Idee haben, die richtig eingesetzt verhindern kann, ins totale ökologische Desaster zu schlittern. Aber ich habe ein anderes Problem. Der erste Bürger wurde hergestellt von 330.000 Dollar, die kam von Sergi Brin, den kennen Sie alle, einer der beiden Gründer von Google. Wissen Sie, wie viel das Silicon Valley in dieses Geschäftsmodell inzwischen investiert? Einschließlich auf diese Art und Weise Käse herzustellen und Milch und alles Mögliche. Das hat sich inzwischen ja in Kürzester ausgebreitet. Wir haben eine exponentielle Entwicklung. Das Silicon Valley gibt am allermeisten Geld für Robotik aus. Selbst fahren Autos zum Beispiel. Das Silicon Valley gibt am zweitmeisten Geld aus für Zukunftsmedizin, CRISPR-Fahren, wenn man Gene reparieren kann. Und am drittmeisten gibt das Silicon Valley aus für diese Art von Lebensmittelproduktion. Und zwar doppelt so viel wie für künstliche Intelligenz. Nur damit Sie mal eine Vorstellung davon haben, mit was für einer enormen Welle und Lawine wir es zu tun haben. Nun kann man sagen, ja gut, warum soll denn nicht mal aus dem Silicon Valley auch was Gutes kommen? Also wenn die das jetzt erforschen und voranbringen und die haben auch die Macht dahinter, das auf dem Weltmarkt durchzusetzen, ist es doch eine gute Sache. Der Haken daran ist, ich erinnere mich, dass im Jahr 1997 der Europäische Gerichtshof ein interessantes, also der dafür zuständige Abteilung für Patentgerichte ein interessantes Urteil gefällt hat gegen die Novartis-Konzern und zwar in dessen Interesse, dass man zwar keine Patente auf Leben verteilen kann, aber Patente auf Verfahren zur Herstellung von bestimmten biologischen Produkten. Das war damals ein wichtiges Urteil für die grüne Gentechnik, weil die grüne Gentechnik lohnte sich für Novartis und andere Firmen nur unter dem Gesichtspunkt, dass man sich Patente sichern kann. Das kann man. Das heißt, das ist natürlich eigentlich pervers, denn normalerweise kriegt man Patente für etwas, was man erfunden hat und nicht für etwas, was man gefunden hat. Man hat ja vorher sozusagen Sequenzanalysen und so weiter gemacht, Genome gefunden. Aber dieser Wandel führte dazu, dass die grüne Gentechnik bei weitem nicht das geworden ist, was man sich damals von versprochen hat. Denn Heilsversprechen, wie das im Hinblick auf die Tiere gab, das schon mal bei der grünen Gentechnik. Und was haben wir heute? Verbrecherkonzerne wie Monsanto, die vom Saatgut an diejenigen, die sozusagen als Partner auftreten, in Geiselhaft nehmen, ohne irgendwelche Rücksicht auf ökologische Folgen und, und, und. Das heißt, da ist es mal gründlich daneben gegangen. Und ich hätte ein großes Interesse daran, dass es im Hinblick auf dieses Fleisch gut geht. Und dafür habe ich mal, ich war vor zweieinhalb Jahren auf der Miet, gleicher Titel wie hier. Allerdings war das Interessante, also Eat und Miet, also sozusagen nahm miteinander verwandt, hier sitzen die Guten, da saßen die Bösen, also sozusagen die versammelte deutsche Fleischwirtschaft und hat mir sehr gerne zugehört. Also ich hatte Ihnen auch vorher gesagt, ich werde das Honorar spenden an den Verein gegen Tierfabriken. Das machte denen aber nicht so viel aus, weil die waren sehr neugierig. Und das, was ich Ihnen erzählt habe, ist, wenn ihr noch weiter zehn Jahre in Massentierhaltung investiert, seid ihr so ausgestorben wie die Automobilindustrie, die nicht rechtzeitig darauf geachtet hat, die Wände hinzukriegen, sowohl in der E-Mobilität wie hin zum autonomen Fahren. Das stirbt aus. Und das wird über den Preis aussterben, weil das andere Art von Fleisch günstiger sein wird. Ich habe Ihnen erklärt, dass Sie jetzt dafür kämpfen müssen, dass diese Verfahren nicht patentiert werden. Stellen Sie sich mal vor, Google wird sich die Verfahren zur Herstellung solcher Buletten patentieren lassen. Wenn die patentiert sind, heißt das, dass jemand anders das nicht mehr machen kann. Das heißt also nicht, jener deutsche Mittelstand, der heute in der Fleischindustrie, manchmal als großer, manchmal als kleiner Mittelstand, aktiv ist, betreibt das. Wir werden also nicht haben, dass Erzeugergemeinschaften in Niedersachsen anstelle von Schweinestellen in Meppen jetzt entsprechende Silos aufstellen, Sondern was wir dann erleben, ist, dass Google das ganze Land überzieht mit diesen Silos, wo genau der Google Burger produziert wird. Dagegen ist McDonald's ein Zwerg, was da kommt. Das ist sozusagen aus ökonomischen Gründen nicht gut, aber das müssen Sie sich mal vorstellen, welche weltweiten Abhängigkeiten hier produziert werden. Und was ich möchte ist, dass diese Verfahren jedem zugänglich sind, weil sie nicht patentierbar sind. Dann lässt sich so eine Technik relativ leicht kopieren, denn ehrlich gesagt, ist kein Hexenwerk, so schwer ist das nicht. Und wenn alle Länder in der Welt in der Lage wären, in relativ kleinen Verbänden, Genossenschaften, Erzeugergemeinschaften und so weiter das herzustellen, dann würden wir auf jeden Fall in einer besseren Welt leben, als wir jetzt leben und wir müssen uns in Zukunft weniger Gedanken machen. Aber das ist der große blinde Fleck. Und während auf der einen Seite Vegetarier und Veganer noch immer darüber streiten, ob sie das eigentlich gut finden oder schlecht finden, werden wir ökonomisch von einer Entwicklung überrollt, von der wir am Ende sagen, wenn wir es vorher gewusst hätten, dass das alles kommt, dann hätte man das doch eigentlich sehr sozialverträglich und gut machen können und dann hätte man auch dafür sorgen können, dass es ökonomisch funktioniert und wenn es ökonomisch nicht funktioniert, dann haben wir eben das gleiche Problem, was wir bei der grünen Gentechnik haben, dass wir einige wenige riesige Monopolisten haben, die irgendwann alles unter Kontrolle haben. Die Art, wie sie kommunizieren miteinander, die Herren ihrer Gesundheit sind, die alles das patentiert haben, die ihr Trinkwasser sich unter den Nagel reißen und jetzt auch noch ihre Ernährung patentieren und das ist die ganz große Diskussion, die nirgendwo in der Gegenwart geführt wird und ich erzähle Ihnen das alles nur deswegen, weil ich möchte, dass Sie das tun. Danke. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.